In Deutschland war es noch ein Krieg in die Krimenung, bei den jüdischen Özes. Man hat gerade jüdisch geschrieben, jüdisch mit Lateinisch. Das ist Transliteratie. Wir haben eine Zeitung geschaffen. Die Zeitung ist fast spät geworden zwischen allen Lagern. Wir haben gehört zum Kasseler Kreis von dem Playteam. Dann gab es eine Sachlagerung für den Playteam, den ganzen Kreis, nicht weit von Frankfurt. Und das haben wir gedacht, wir machen eine statische Druckerei. Wir haben geschrieben mit der Hand, die Schreiber. Wir haben gesagt, wir übersetzen auf gedruckte Özes. Das ist gemacht worden mit der Hand. Aber das gedruckte ist es gewesen in der Lateinischen Özes. Ein deutscher Name ist gedruckt. Ich bin erinnern, ein alter Deutsch. Und er ist angekommen zu einem Satz, das heißt, die Blutdurchstücke deutscher Mörder. Er rufte mich zu und sagte, ich war kein Mörder. Ich war kein Mörder. Ich war kein Mörder. Ich war kein Mörder. Weil die Stadt, der SWG, es gab ein Pogrom bei den Deutschen in 30 Jahren. In der Kristallnacht. Und er sagte, ich war kein Mörder. Er sagte, ich war kein Mörder. Er sagte, ich bin ein älterer Deutsch. Er war vertätigt. Und der andere sagte, ich bin ein junger Deutschen. Ich habe mir gedacht, ich lernte, welches Haus geschriebene Haus ist, wie er sieht, das gedruckte Haus. Und als wir bekommen, von der Joint Schrift, von den Deutschen, haben sie gedacht, das kennen, von jüdischen Haus zu machen, von einem gedruckten Haus. Es war nicht leicht. Jeden Freitag in der Frühfrig vorhin in die Stadt rein. Wir stehen den ganzen Tag und weisen sie, wie wir uns zu stellen und machen den Kepplach.